Okay, die unangenehmste TikTokerin. Wir fangen an mit dem Video hier mal. Abi, bitte übertreib nicht. Bitte übertreib nicht, Abi. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich sieben Kinder hab. Wir starten das heutige Video mit einer Weisheit von Markus Aurelius, 153 v. Chr. Wenn ich einen Fußnagel, den ich von mir schneide, auf der Straße lege, bis am Ende seines Jahres, wird er nicht diese Last tragen können von meinem Zahnlein. Was geht ab, mein indonesischen Shisha-Bartolettenputzer? Ich hoffe, eure Tante ist Single. Passt auf, ich hab gute und ich hab schlechte Nachrichten, ja? Ich bin ein YouTuber, der letzte Woche seine eigene Parfümmarke released hat, ja? Und die erste Frage, die ihr euch jetzt alle sicherlich stellt, ist... Kann die Hand durch Masturbation schwanger werden? Das auch, aber die meisten fragen sich eher, wie lief's? Gott sei Dank, ich küsse euer Herz. Ihr habt den Shop so auseinandergenommen, wie ich bald die Zeit. Die 72 Jungfrau. Und die schlechte Nachricht ist, wir haben einfach so viele Zahlungen in kurzer Zeit bekommen, dass Paypal unser Konto gesperrt hat, ja? Ja, was soll ich sagen, ich bin mittlerweile richtiger Geschäftsmann geworden, ne? Ich bin sogar visionär geworden. Ich gönne Abi, wirklich. Ja, ich hab das Gefühl, ich weiß einfach schon immer so, was in der Zukunft Potenzial hat und was nicht. Boah, ja, man, die hat richtig Potenzial, ey. Man weiß einfach, dass die später richtig saftig wird. Alter, Arwin, das ist die vermissten Anzeige meiner Schwester. Entspann dich doch, guck mal. Wir YouTuber sind auch irgendwo Unternehmer, deswegen ist es auch wichtig, dass wir Business machen. Dankeschön für Ihren Support, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Bevor es weitergeht, möchte ich euch eine wichtige Frage stellen. Passt auf, was ist das Wichtigste als YouTuber? Frau mit üppigen, schwellenden Brüsten. Das auch, aber eher die Videobearbeitung und dafür gibt es jetzt die perfekte Software. Wondersheffel Mora 12 ist eines der besten Programme, wenn ihr mit Videobearbeitung loslegen wollt. Digger, das ist ein weird Fact, ne? Und ihr werdet euch Schrott lachen, aber ich hatte, als ich, das war also einer meiner ersten Kooperationen, war auch mit diesem Schneideprogramm-Chat und ich weiß nicht warum. Es lag wahrscheinlich daran, ich hatte gar keine Ahnung, wie so Kooperationen funktionieren, ne? Und die meinten so, ja, mach mal ein Video für uns. Digger, ich, also auf Ernst, es gibt einfach, warte mal. Ich denke, das ist so unangenehm, ne? Also, guckt euch das an, hier. Ei. Das ist gar nicht auf meinem Kanal. Digger. Die Lokos. Willkommen zu einem neuen Video, aber nicht auf meinem Kanal, sondern heute sind wir auf dem offiziellen Kanal. Ich habe noch nie irgendwer gesehen. Test von FIFA King Hamed Loco. Hey. Ich gucke uns das jetzt nicht an, aber das ist vielleicht das unangenehmste Video, das ist einfach so ein, das versteckt, was habe ich da geschnitten? Das ist auf jeden Fall das, äh, das seltsamste Video, was es von mir gibt da draußen. Und ihr müsst überlegen, diese Art von Videos gibt es auf meinem Kanal sogar nicht mehr, weil, hört ihr? Ei, Lokos. Willkommen zu einem... Diese Dragon Ball Musik wurde bei mir geclaimt, deswegen habe ich Strikes bekommen, deswegen sind alle Videos aus der Zeit weg bei mir. Beziehungsweise auch Mädchen von Filmora haben sich diesen Bursch... Oh, ich habe diese Musik geliebt, ich liebe diese Musik, ne? Aber ich kann sie nicht, ich konnte sie halt nicht mehr benutzen. Strikes. Ich habe ein Strike bekommen damals. Aber ja, deswegen nutze ich, Digger, das hat mich gerade daran erinnert. ...mehr anwenden. Wenn ich einen Fußnagel gehe, nicht von mir schneide, auf der Straße lege... Noch besser aber ist das AI Audio Stretch Feature. Das ermöglicht euch einfach durch künstliche Intelligenz den Ton im Video anzupassen, ohne dass ihr das überhaupt schneiden müsst. Ich wusste nicht mal, dass sowas geht. Aber jetzt kommen wir zur mit Abstand besten Funktion, und zwar das Draw Mask Tool. Mit diesem Tool kann man Sachen aus dem Video ausschneiden, die Farben von Objekten ändern und so weiter. Wenn ihr dann noch ein Adjustment Layer hinzufügt, könnt ihr denselben Effekt auf mehrere Clips anwenden und bam, ihr habt ein geiles Video. Nein, ich bin nicht behindert. Du bist behindert. Wenn ihr also eure Schwester liebt, dann geht jetzt auf den ersten Link ganz oben in der Videobeschreibung. Supportet mich und ladet euch jetzt Wondershare Film Hour 12 runter. Weiter geht's mit dem Video. Stichwort YouTuber, um was... Seine Werbung auf jeden Fall wird ein bisschen besser als meine Chat. Für einen Influencer oder Influencerin geht's denn heute? Passt auf, ihr seid nicht bereit. Schnallt euch an, haltet euch fest, lehnt euch zurück. Nein, lehnt euch vor. Ich hab eine TikTokerin entdeckt, und immer wenn ich mir denke, okay, es geht nicht abgefuckter... Ah, das Video heißt übrigens die unangenehmste TikTokerin. Äh, ist das Video über Dilara? Kommt auf einmal so jemand. Meine... Spaß. ...hinteren Vivi-Lippen gucken so ein bisschen raus. Und die eine ist... Die kenn ich gar nicht. ...länger als die andere. Früher hab ich mich dafür extrem geschämt, und ich habe sogar... Bro, wen juckt das bitte? Ich mein, achten Typen darauf, achten Frauen darauf, achten irgendjemand auf sowas. Ich weiß nicht mal, was die meinen. Wen stirbt das bitte bei einer Frau? Ich mein, klar, jeder, der eine Frau datet, der hat bestimmt so seine Präferenzen. Bro, ist dir mal aufgefallen, daten und billiard hat so viele Gemeinsamkeiten. Warum, Bruder? Weil du es nur einmal im Jahr machst? Nein, Bro, weil man versucht, so schnell wie möglich einzulochen. Und man vermeidet es, die Schwarze zu treffen. Aber okay, solche Sachen... Nooo! ...sind doch gar nicht der Rede wert. Lasst euch nicht von irgendwelchen Typen irgendwas einreden, ja? So scheißt du auf die ganzen Männer. Ich bin 1,82, wenn ihr mir einmal die Chance... Die kommt hier frisch raus, und die will mich meine Schmute verbrechen. Wie auch immer, wir wollen ja natürlich so wie jedes Mal absolut niemanden fertig machen. Wir schauen uns nur mal an, was die liebe Dame so für Content veröffentlicht, okay? Lange Rede, kurzer Sinn, los geht's. Also auf euch, die rennen die hohle Brühe. Ganz viele Frauen haben das, aber keiner spricht darüber. Denn in Filmchen sieht man immer alles da so perfekt, als wäre es aus Porzellan oder so. Ich wünschte mir hätte... Oh, okay, stopp, stopp, wart mal, ja? Seit wann gibt's in diesem Filmchen bitte Frauen? Oh, sorry, der Kamera-Akku war leer. Nein, aber wie schon gesagt, wen juckt das bitte, ja? Ich mein das ernst. Ja, aber ich hab schon das Gefühl, Frauen zerbrechen sich bei solchen Dingen einfach unnötig den Kopf. Ich mein, guck mal, jeder hat doch so seine äußerlichen Macken, ja? Und ich persönlich, ich akzeptiere wirklich so das meiste. Das ist die Schwarze zu treffen, was? Leute, wir sind verloren. Schreibt mir letztens so eine Followerin, mein Freund geht immer zu... Also er bezahlt Frauen für Rambazamba. Und weil er sie bezahlt, sagt er, ist das kein Fremdgehen. Okay, warte mal, ich kenn auch einen und der ist sogar YouTuber, okay? Aber ich lieg seinen Namen nicht, okay? Und, ähm, der meint, wenn man für, wenn man für bezahlt, dann zählt das nicht zum Bodycount dazu. Oh mein Gott! Was eine Aussage, Chad. Und jetzt kommt, das hat er auch gemeint, nachdem er diese Dienste in Anspruch genommen hat. Bodycount wird nicht erhöht. Digga, so eine dumme Aussage, ne? Man hat dafür bezahlt und so, das zählt nicht zum Bodycount. Digga, so ein random Name im Chat, aber ein Name mach ich nicht. Aber es waren so viele Namen drin, der Digga, deswegen, man weiß nicht, wer ich meine. Geht mir manchen Menschen eigentlich, äh, der Bruder hat Relativitätstheorie umgeschrieben. Naja, aber ich versteh schon, was sein Punkt ist, ja? Er will wahrscheinlich so darauf hinaus, okay, ich hab keine emotionale Bindung zu den Frauen und ich will einfach nur Druck rauslassen, ja, so mäßig. Ob man diesen Punkt jetzt durchgehen lässt oder nicht, ähm, werde ich jetzt nicht bestimmen. Es gibt aber wesentlich schlimmere Dinge, die in einer Beziehung laufen könnten, ja? Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal erzählt hatte, wie meine letzte Beziehung ausgegangen ist. Meine Freundin geht mir, denke ich, fremd. Ich hab ihr Handy und sie hat Bilder von irgendeinem anderen Typen drauf und ich geh sie jetzt damit konfrontieren. Schatz, du bist mir, glaube ich, eine Erklärung hierfür schuldig. Ach, Schatz, Mann, diese Bilder sind doch alt. Das ist mir egal, was soll das bitte? Hey, was ist denn da ganz schlimm, alte Bilder von mir selbst zu haben? Und diese Angef... Ich hab mit allem gerechnet. Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein minderjähriger Joke von ihm. Alter, der Joke war lustig. Weißt du, ich meine, der ging, der war stark. Followerin so, also für mich ist das Fremdgehen. Wie siehst du das, Marie? Natürlich ist das Fremdgehen, Bruder. Sie aus... Hey, ja und, lass sie doch so. Vielleicht war sie kurz davor, das zu akzeptieren und beide waren kurz davor eine glückliche und ehrliche Beziehung zu viel. Mann, oh Mann, Marie, du hast jetzt einfach deren Beziehung zerstört. Ja, das geht ja mal so gar nicht. Ich mein, guck mal, okay, klar, ich handel jetzt auch nicht immer perfekt in allen Situationen. Aber ey, der Typ ist... Ey, was ist für euch Fremdgehen, Chat? Beziehungsweise, was ist für euch in einer Beziehung schon zu viel? Sag mal, die Grenze, wo ihr so sagt, na, das geht gar nicht schon. Sag mal. Also, Digga, wenn jetzt irgendwer kommt mit... Ja, wenn sie jetzt hier in der Klassengruppe ist, dann ist wirklich... Dann haben wir im Chat auf jeden Fall ein Niveau von gleich Null. Küssen? Küssen? Mit ihr Fortnite spielen? Bruder! Geil, okay. Mit anderen Frauen rausgehen, wenn sie mit einem Mann telefoniert. Umarmen. Digga, das ist bei mir schon viel... Das fängt bei mir schon viel früher an. Ich finde, ein Mädchen geht schon fremd, wenn sie bewusst mit einem Jungen flirtet. Das schon. Für mich ist das schon Fremdgehen. Also, was heißt Fremdgehen? Für mich ist das halt, mit einem anderen Jungen in der Beziehung flirten. Und das ist für mich schon ein Grund genug zu sagen, Bro, bist nicht ready für so eine ernste Beziehung. Geh, bleib einfach alleine. Und dann kannst du auch alleine flirten. So, wißt du, wie ich meine? Ich hätte zum Beispiel keinen Bock, eine Partnerin zu haben. Stell dir mal vor, die ist so flirty unterwegs und die flirtet so mit anderen Jungs. Und dann würde ich mir denken, okay, darf sie, also soll sie machen, aber bitte ohne mich. Weil im Endeffekt, die Jungs wissen vielleicht sogar, dass ich ihr Freund bin und wie unangenehm wäre das für mich. Ich will so, ich will ja stolz auf meine Freundin sein und nicht mich schämen, Digga. Und ich würde mich dick schämen, Digga, wenn meine Freundin so mit anderen Jungs flirtet. Hä? Oder dann flirte mit anderen Jungs, aber ohne mich, Alter, alleine. Also ab dann ist es für mich schon fremdgehen. Reicht schon für mich. Wisst ihr? Und auf Ernst hört sich weird an, aber so flirten kann man ja auch mit Augenkontakt und so. Und wenn man so, einfach wenn man das bewusst macht, ich würde das ja niemals mitbekommen, aber angenommen man bekommt das mit, einfach bewusst mit einem Jungen flirten. Call mir, Yannick, danke für den Resub im Achten, mein Bruder. Acht Monate sind wir jetzt zusammen, schön. Okay, guck mal, einer schreibt für mich, Jim. Ich weiß, dass es manche Jungs abfuckt, wenn Freundin in den Gym geht und so, aber Bro, wie, was soll sie nicht mehr rausgehen? Weißt du, wie ich meine? Das ist doch, Bruder, das ist wirklich Katastrophe. Ich hatte auch Kollegen, die haben komplett übertrieben bei Freundinnen, ja. Als Leute in meiner Fußballmannschaft, die haben zum Beispiel zu ihrer Freundin gesagt, ja, du darfst kein Fußball gucken, also kein Männerfußball, weil da zu viele Männer sind. Ja, moin. Sie darf einfach nicht mehr Fernseher gucken. Das ist übertrieben, Bro. Sie soll doch ihr Leben ganz normal leben. Hauptsache, sie geht nicht bewusst irgendwie auf irgendwelche anderen Männer zu oder, wisst ihr, wie ich meine? Also angenommen, du willst keine, die nicht ins Gym geht, Bruder, dann such dir irgendeine, Bruder, die, keine Ahnung, eh die ganze Zeit zu Hause chillt, ganz ehrlich. Ja, Loyalität, das ist wichtig. Aber die soll doch ins Gym gehen dürfen, Bro, ist doch gut. Schatz, guck mal, ich würde gerne in den Puff gehen, passt das für dich? Nein, aber am Ende ist doch safe nur so eine Kindergartenbeziehung gewesen. Safe sogar Filmausbeziehung war ernst als das. Und noch etwas, Baby. Der Hijab ist Pflicht, wenigstens das Kupftuch anzuziehen. Alles klar, natürlich sind Ansprüche an Männer weit unten, ja. Bro, wenn hier jemand niedrige Ansprüche am anderen Geschlecht hat, dann sind das ja mal 90% der Männer. Kennt ihr nicht dieses Jahr Frauen? Er muss 1,80 sein, er muss viel Geld haben, er muss breit sein. Männer, wenn sie die McDonalds-Kassiererin sind. Ich liebe es, Dicker, ne, manche Frauen sehen hier so wie hier so einen absoluten... Ey, das ist aber ehrlich so, ne, und Real Talk, keiner kann mir sagen, dass das nicht stimmt. Aber Frauen haben safe mehr Ansprüche, beziehungsweise lieben Männer nicht, wie Männer Frauen lieben. Ein Mann verliebt sich einfach in eine Frau, so vom Optischen plus Charakter plus Ausstrahlung, okay? So, sonst hat es mit gar nichts was zu tun, vielleicht auch noch Style und so, aber es gehört ja zu Optischen. Eine Frau verliebt sich aber auch in das, was der Mann hat, Besitztümer, also das gehört bei... Also das ist, auf erst keiner kann mir sagen, dass das nicht sogar eher so ist als andersrum. Weil, stellt euch mal vor, ein Mann ist extrem reich und er ist so Millionär. Und er lernt eine Frau kennen und die hat nicht so viel. Juckt ihn das? Nein! Er denkt sich so, ey, ich bring das Geld nach Hause, ist ja egal, ob meine Frau Geld hat oder nicht. Dann verliebt er sich trotzdem in die. Aber stellt euch mal vor, eine Frau ist extrem erfolgreich, hat sehr, sehr viel Geld und so. Könntet ihr euch vorstellen, dass sie dann auch so einen armen Mann trifft und sie sagt sich so, ach, ist doch egal, dass er denkt... Bro, sie will einen, der mehr verdient. Der muss noch mehr verdienen. Das ist... Ihr könnt mir nicht sagen, dass das wahrscheinlich ist. Also, es stimmt nicht zu 100%. Heft safe. Es gibt auch Ausnahmen, aber es ist schon eher so. Es ist schon eher so. Dass Männer unbedingt lieben und Frauen nur bedingt. Viele Frauen sind aber nicht so, ja, Sophia, ich weiß. Ich weiß. Aber es ist eher so. Einfach auch... Ich verstehe ja auch, warum, Digga. Der Mann muss ja quasi für die Familie sorgen, so, so, so. Also, muss nicht, fuck. Man darf das ja heutzutage gar nicht mehr sagen. Aber es ist so... Wir sind so aufgewachsen und sowas und dann ist es schwer für eine Frau, die Rolle zu übernehmen. Beziehungsweise viele Frauen wollen diese Rolle gar nicht übernehmen. Guten Ausnahme Sonderfall. Und sagt dazu, ja... Voll das schwierige Thema, ehrlich. Boah, diese Männer-Mail, das ist ja krank. Wir müssen unsere Ansprüche höher setzen. Ich will einfach mal, dass ihr Zuschauer jetzt kommentiert und jetzt wirklich Realtalk. Welches Geschlecht hat höhere Ansprüche am anderen Geschlecht? Ja, Männer oder Frauen? Und als gerade kein Frust, der aus mir rauskommt, Frauen sollen ihre hohen Ansprüche haben. Ja, die sollen nicht jeden Versager einfach nehmen. Also, ich hilf zu stellen und sagen, nee, Frauen haben keine hohen Ansprüche, die müssen auch höhere Ansprüche. Also, hey, Bro, Cat. Aber okay, so, sie ist TikTokerin, ne? Was erwarten wir von dir? Hi. Hi. Wie geht's? POV, Typen auf Dating-Apps. Achso, also, ist sie die unangenehmste TikTokerin? Weil sie nur auf Männer geht oder was? Okay, ich verstehe. Ich dachte, sie wäre an sich unangenehm. Aber ich weiß, was Avi meint. So, ihr Content ist für ihn unangenehm. Gut, danke. Und schick mal Video von deiner Vivi. Okay, ich... Was? Meint sie damit das... Das untere bei der Frau? Wer sagt Vivi? Wie, wie? Keiner sagt das, Bro. Was? Außer Leben? Ich kenne keinen einzigen Jungen, der... Also, Bruder, es kann die hübscheste Frau sein, die es gibt. Ich will kein Video davon. Hi. Ich will auch kein Bild. Ich will es nicht mal sehen. Bin ich der Einzige? Persönlich, ich habe zwar noch nie so wirklich ernst eine Dating-App benutzt. Außer einmal, da wollte ich mal so sehen, wie diese Dating-Apps funktionieren. Und Leute, ich... Also, ich will jetzt gerade nicht mal irgendwie rüberkommen wie der größte Ehremann. Ich finde es einfach... Ich finde es nicht attraktiv. Was für... Wie er lügt. Ich finde es nicht attraktiv, Digga. Bitte euch. Frauen über Dating-Apps zu klären, ist so einfach, ja. Ich weiß noch, ich hatte eine geklärt... Interessant, Bruder. Die Story kenne ich, glaube ich. Wie alt war... Sag Walla Walla. Walla. Ich will so Bilder von dem unteren bei... Also, ich will... Generell, ich habe nie Frauen nach Bilder gefragt. Aber so... Ich gucke mir lieber Bilder an von... Äh... Anderen Sachen. Also, nicht das unten bei einer Frau... Ach, scheiß aus hier. Bro, ich habe sie geklärt. Da war sie... Also, da waren wir beide. Ja, es sieht nicht gut aus. Der 16. Bro, du meinst doch, das war letzte Woche. Ja, Bruder, ich hatte doch Geburtstag. Arwin, du bist 23. Bro, es geht ums Prinzip. Hör auf, jetzt hier die ganze... Einfach gemacht. Effe schreibt, wenn sie anbietet, sage ich ja. Oh, Effe, Gentleman. Okay, ja dann. Stark, mein Bruder. Wir sind echt Support, Effe. Macht... Du bist ja ein richtiger... Also, Rambatshammer funktioniert ja nur, wenn deiner steht. Dann musst du ja Bock gehabt haben. Nein, ich wollte das nicht. Ich kann das nicht kontrollieren. Ja, glaubst du doch wohl... Ey, ich kenne das absolut, ne, guck mal. Ich kann es auch manchmal einfach nicht kontrollieren, wenn er auf einmal steht. Ich war jetzt so letztens, ne, bei der 1BR, die großartig ist, äh, der Kamerakowalier. Und zwar, ich meinte bei der... Runter mit in die tiefste Ecke, Alter. Ja, aber jetzt nochmal generell zu Dating-Apps, weil ich das auch schon vorhin angesprochen hatte. Ich habe selber einen Kollegen, der hat es leider sehr schwer, damit Frauen kennenzulernen. Und aufgrund dessen will ich mich gar nicht so sehr lustig machen, so über dieses Thema. Vor allem so in Bezug auf Männer. Ich habe ihm aber dann auch ernst gesagt, Bruder, mach dir keine Sorgen, glaub mir. Die Huts des Paradieses werden reine Frauen sein, frei von Menstruation. Und damit war es das auch schon wieder, meine Damen. Raffi, danke für den Prime Club. Ich hoffe, euch hat der ganze Quatsch hier gefallen. Auch kein Hate an diese Marie, ja, liebe Grüße. Meld dich bei mir, wenn wir Ramazama machen. Wie auch immer, ja, guck mal, wenn ihr eure Mütter liebt und eure Schwestern, dann lasst jetzt ein Like auf dieses Video. Ja, ist mir egal, wann das jetzt ehrenlos klingt. Wenn nicht, dann besuche ich eure Schwester. Wenn ihr wollt, dass die Dönerpreise sinken, dann kommentiert jetzt mit Hashtag 3euro-Döner. Ich leite das an. Nein, ohne Spaß. Das ist wirklich ein Appell an so... An die Leute, die... Wer ist oben in Deutschland? Olaf Scholz? Wer ist unser, äh, hier... Wie heißt das? Bürger... äh, Ding. Hä? Ich wollte schon Burger King sagen. Ah, unser Bundeskanzler. Olaf Scholz. Das ist ein... Eine Ansage an Olaf Scholz. Olaf, bitte, Olaf. Bitte, bitte, bitte. Sorgt dafür, dass die Dönerpreise nicht komplett weiter nach oben gehen. Ich... Also... Nicht nur, weil ich es mir... Nicht gerne angucke, wie diese Preise so nach oben schießen. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal mir irgendein Kollege geschrieben hat, ey, ey, lass Döner essen gehen. Ich gehe nicht mehr raus mit meinen Kollegen. Die Preise ergeben keinen Sinn mehr. Ich gehe lieber zu... Ding. Markkauf und kaufe mir Tiefkühl-Giros. Olaf, bitte, ja? Keiner geht mehr Döner essen raus und so. Man denkt, wir haben Corona, aber wir haben gar kein Corona. Es liegt einfach nur an den Preisen. Ihr müsst irgendwas ändern. Wie soll sich ein Junge, der fünfte, sechste, siebte Klasse ist, nach der Schule mal einen Döner holen? Ich weiß, dass es nicht normal ist, sich einen Döner zu holen nach der Schule, aber... Ich meine auch... Auch so kann er es nie machen einfach. Oder ich habe nicht sieben, acht Euro einfach mal so für einen Döner. Also als in der fünften, sechsten Klasse. Olaf ist bestimmt korrekt. Olaf, du klärst das schon. Olaf, du klärst das schon.